Jetzt kommst du noch mal zurück und guckst. Nein, das ist sehr toll. Die ganze Makrelien jetzt hier. Guck mal, der schwebt über uns. Da merkt man gar nicht, was seine Scheine ist, gell? Guck mal. Guck mal von oben. Oh, das ist schön. Oh, schau mal. Hier ist ein bisschen. Ja, ja.